Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video machen heute weiter mit einem großen spektakulären trommelfestes allmächtigen Harataki und einer weiteren Melodie der Herbstblätter auf den tosenden Wellen. Und probieren es wieder auf Experte und vielleicht schaffen wir es ja mal über 4000 Punkte zu kriegen. Also ich. Ich schätze mal jeder von euch hat über 4000 Punkte. Das ist schon wieder kein guter Start. Nein! Oh, wie habe ich das versaut, ey. Das hätte uns so krass Punkte geboostet werden, eine hohe Kombi. Oh, nein. Oh, nein. Es ist auch so seltsam, die rechte Hand an der Tastatur zu haben, ne? Oof. Oh, no. Nein! Ich bin so schlecht, Alter. Ich frage mich, was die Maximalpunkteile ist. Bestimmt 10.000 oder so. Aber hey, Bude wackelt reicht zum Glück. Bude wackelt reicht für die höchste Belohnung. Das passt. Damit bin ich mehr als zufrieden. Danke euch fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Ciao, ciao.